Na toll, Montag direkt pitschnass in die Arbeit, ihr könnt echt heulen. Also hier auf Mallorca hat's 25 Grad und Sonne, könnt nicht besser losgehen. Hä? Ich dachte, Junggesellenabschied ist erst am Wochenende. Ja, aber ich schau mir halt vorher ein bisschen die Insel an und arbeite von hier. Wie du arbeitest von dort, musst du dir keinen Urlaub nehmen. Quatsch, bei uns in der Firma kann ich 30 Tage pro Jahr aus dem Ausland arbeiten. Einfach so? Ja, easy, bei uns ist Remote kein Problem oder halt in Deutschland zu Hause aus dem Homeoffice. Alter, dein Ernst? Wo arbeitest du eigentlich nochmal? Bin jetzt seit kurzem bei Henkel, bewirb dich doch auch, die haben echt nice Karrieremöglichkeiten. Und das erzählst du mir erst jetzt.